Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Patrick hier und herzlich willkommen zu meinem direkten Lupfer-Tutorial in der Luft für FIFA 14. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr direkt mit einem First Touch einen Lupfer im Tor unterbringen könnt und das alles in der Luft. Falls ihr Interesse an weiteren Tutorials habt, empfehle ich euch diese Playlist einfach auf den Bildschirm klicken oder dem Link in der Videobeschreibung folgen. Der Lupfer in der Luft funktioniert genauso wie der Lupfer am Boden. Auf der Playstation L1 und auf der Xbox LB während des Schussvorgangs halten und mit dem linken Stick zielen. Der einzige Unterschied ist halt, dass das Ganze hierbei in der Luft geschieht. Zuallererst solltet ihr in die Trainingsarena gehen und das Ganze üben. Einfach einen hohen Steilpass nach vorne spielen und die eben beschriebene Funktion ausprobieren, solange der Ball in der Luft ist. Nach ein paar Versuchen bekommt ihr ein Gefühl dafür und könnt dies dann im richtigen Spiel anwenden. Hier würde ich euch dann auch immer empfehlen, es nach einem hohen Steilpass auszuführen, genauso wie in der Trainingsarena. Der Grund liegt auf der Hand. Oft ist es so, dass ihr durch einen hohen Steilpass euren Spieler vor dem Tor freispielt. Der Gegner rechnet aber niemals damit, dass ihr mit einem direkten Lupfer in der Luft abschließt und dabei wird ihr den Torwart meistens ein Stück herausholen. Sobald er dies tut, hat er aber verloren, denn dann kann sein Keeper nicht mehr rechtzeitig reagieren und euren Lupfer aufhalten. Er kann also nicht mehr rechtzeitig zurücklaufen und das Ganze sieht einfach traumhaft aus. Jedenfalls kein langweiliges Tor. Zuletzt noch zwei allgemeine Tipps. Versucht immer den Lupfer mit dem starken Fuß eures Spielers auszuführen und zielt mit dem linken Stick so lange in die Richtung des Tores, bis der Ball den Fuß eures Spielers verlassen hat. So, das war es auch noch schon wieder von mir. Dieses Mal ein eher anspruchsvolleres Tutorial für euch, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like und Abonnement freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss!